Das ewige Licht geht da herein. Menschen, die im Dunkeln wohnen, sollen schauen ein großes Licht. Hat uns ein Prophet verheißen, in der Hoffnung auf das Heil, das uns Menschen, der Messias, bringen soll vom gütigen Gott, der die Menschen, die im Schatten leben müssen, retten will. Viele Menschen waren im Dunkeln, ritten Krankheit, Not, Gewalt, als der Gottessohn ein Mensch war, um uns Menschen nahe zu sein. Durch die Liebe, die er schenkte, hat er vielen Mut gemacht. Hat das Dunkel der Verzweiflung aufgehellt durch Hoffnungslicht. So wie er ein helles Licht war, durch die gütige Menschlichkeit, die er aus der Nähe Gottes als Messias hat gelegt, sollen wir vielen, die im Schatten leben müssen, Hilfe sein. Blinde, kommt heraus ans Licht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020